Thomas Müller ist und bleibt der Stimmungsmacher in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Angesprochen auf kleine Sticheleien mit seinem Bayern-Teamkollegen Robert Lewandowski vor dem EM-Qualifikationsspiel in Polen, hat Thomas Müller auf der Pressekonferenz hier in Frankfurt mal wieder einen klassischen Müller-Spruch rausgehauen. Ja, natürlich haut jeder da seine Kampfansagen raus, so halb im Spaß, im Endeffekt hat man dann gesagt, wir einigen uns auf den Unentschieden, wie letztes Mal, dann habe ich aber noch den Zusatz gebracht, nur dass wir diesmal gewinnen, also wir haben uns auf den Unentschieden mit einem Sieg für Deutschland geeinigt. Ein typischer Müller, entspannt, locker, spontan und witzig, Thomas Müller, so wie wir ihn alle kennen und wie wir ihn alle mögen. Wenn es danach geht, sollte es der DFB-Elf am Samstag in Warschau beim EM-Qualifikationsspiel gegen Polen weder an Lockerheit noch an Zuversicht fehlen.